Auch wenn es schon fast ein Jahr lang her ist, gibt es mal wieder nach elf Monaten eine neue Folge Moneymaker. Ja, wir gehen mal rein. So, wie viel haben wir denn verdient? 406AB. Oh, wir haben 1,2AC. Okay, wir kaufen uns erstmal eine Spitzhacke. Hier, unsere Miete ist ja zugegangen. Müssen wir mal wieder hier alles entgraben. Ja, uh, wir haben schon einiges hier. So, ich würde erstmal sagen, wir aktivieren erstmal wieder alle Effekte. So, alle sind auf jeden Fall aktiv. Zack, die Ideen machen wir jetzt auch mal hier an. Und dich hier gleich auch. So, machen wir. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Arbeitsplatz freischalten. Das machen wir jetzt mal. Ui. Oh, das ist ein bisschen viel, ne? Geschwindigkeit, wir brauchen mehr Ertrag eigentlich, ne? Ah, es war jetzt dumm, dass wir jetzt die hier alle aktiviert haben, ne? Wir packen jetzt erstmal den normalen rein, würde ich sagen. Und wir verbessern gleich mal den Arbeitsplatz. So, wie viel produzierst du jetzt? Oh. Okay, das, also, das ist schon krass. Wir brauchen mehr Banktransport. Oh, jetzt, jetzt, alles hinten. Jetzt ist jetzt doof. So, Aufgaben, was haben wir denn hier eigentlich alles? Aufgabenfahrt. Ah, ja, wir können eins holen. Ja, komm, wir machen erstmal Banktransport. Hier, wo ist denn der? Zack. Oh, das ist schon viel billiger. Okay, der kann drei AB schleppen. Und dann ist er voll. Wie sieht's denn aus? Yo. Oh, okay, das sammelt sich doch sehr schön lang. Ah, ich weiß es nicht. Ja, komm. Zack. Er ist immer noch zu weit hinten. Ich hab jetzt 20 AB da reingeknallt. Oh, mein Gott, der Effekt war nicht an. Oh, der ist dumm. Also, zu meiner Verteidigung. Wir haben 19.30 Uhr. Normalerweise nehme ich nicht so, in Anführungszeichen, spät auf. Ich würde sogar sagen, wir warten. Also, wir gehen jetzt, glaube ich, erstmal zu einem Ding. So, Mine vielleicht. Booster haben wir noch ganz viele. Oh, ja. Ich würde sagen, wir aktivieren erstmal alle. Dann gehen wir mal zur Farminghöhle. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal so eine Aui. Meine Pfanne. Ja, mir ist aufgefallen. Wir könnten in einer besseren Ebene, um so mehr Geld zu verdienen. So blöd muss es noch erst sein, wirklich. Wie viel verdienen wir jetzt pro Block? Viel, viel mehr. Ja, okay. Dann machen wir es halt so. Dann machen wir es halt so. Oh. Beisendreck. Oh, nee. Oh, schnell nach oben. So, wir haben 1,29 AC. Sind Spitzhacken Level 60. Das ist... So, wie kommt man jetzt eigentlich nochmal zurück? Ah, ja, genau. Zur Mine. So, jetzt gränen wir hier mal ein bisschen ab, ne? Zack. Effekt aktivieren. Zack. Machen wir mal zehnmal. Ja, das machen wir nochmal einfach mal zweimal. Ah. Ich würde gleich den Banktransport vielleicht auch nochmal abholen. Machen wir den rein. Zack. Machen wir mal so. Super. Wir haben unser ganzes Geld verschwendet. Aber hat sich gelohnt, würde ich sagen. So, ich gehe jetzt mal kurz mal hingehen. Neu starten. Lecker. Aufgaben. Was können wir eigentlich alles machen? 200 Lippe beim Bankarbeiter. 25 Booster. Das wäre sogar eigentlich möglich. Ich würde doch einen Minarbeiter kaufen. Das wäre sogar mal sinnvoll. Ich würde jetzt einfach mal zum Ende gehen. So, wie mache ich das jetzt? Das ist ja die beste. Dann würde ich den mal auswechseln in vielleicht den hier. Anyway, wir müssen eigentlich hier hinter zack. Dann wählen wir hier den hier zum Beispiel aus. Nehmen wir jetzt den hier. Ah, okay. Ah, ich muss denken. Sorry. Hier kommt auf jeden Fall der Beste hin. Das ist der hier. So, 150% Abbaugeschwindigkeit. Ja, das können wir hier hin machen. Hier machen wir mal 20%. Zack. Dann gönnen wir denen mal vielleicht mal 50. Dann machen wir jetzt wieder das hier. Und bei dir, dann machen wir denen 30% Boost. Machen wir hier gleich mal 9 mal. An sich könnten wir jetzt nochmal in die Mille gehen. Wir könnten den Boost aktivieren. Ja, voll viele. Ja, komm, jetzt machen wir einmal. 490%. Jetzt wird es aber. So, wie viel bringt jetzt ein Block? 5AB. Das ist ja viel, viel mehr als die ganze Zeit. Oh, das wird Spaß machen. Ich sage es, wie es ist. Ich sage es, wie es ist. Alter. So viele Booster. Das ist krass. Wir haben jetzt 6,51 AC. Und? Oha? Ja, hier sind schon mal viele Effekte. Die können wir schon mal alle aktivieren. Können den 50 mal verbessern. Aha. Mehr können wir hier nicht mehr verbessern. Wir sind Level 190 bei denen. Ja, ich starte jetzt nochmal ein Game 9. So, hier können wir jetzt gleich mal den Besten hier nehmen und den aktivieren. Boah, der produziert so gut. Das ist... Wir haben echt viele Booster. Wir müssen sagen, wir können jetzt erstmal den wieder anschalten, oder? Wir machen mal Geschwindigkeit. Zack. Und die Aufgaben? Was für ein Dino? Oh, wir sind kurz vor dem Geschenk. Aber da kriegen wir auch schon mal wieder einiges, ne? 200 Level beim Bankarbeiter. Ja, ich weiß nicht. 25 Booster. Das geht, glaube ich, echt schnell. Acht haben wir. Vielleicht würde ich jetzt erstmal nochmal abreden. Ja, wobei... Das würde sich erst für jetzt nicht lohnen. Aber ich glaube, ich werde das Geld in den Banktransporter investieren. Weil da hat der jetzt schon mal einen guten Vorsprung. Wie bei denen... Zack. Verbissern wir auch gleich mal. Wir müssen jetzt ein bisschen alles antreiben, weil wir die Effekte, die bringen ja alle mehr rein. Und es ist ja dann dumm, wenn hier alle anderen auch nicht vorankommen. Was für wohl als nächstes kommen? Das wissen wir nicht, aber Leute. Das werden wir in den nächsten paar Folgen herausfinden. Abonniert wie immer gerne den Kanal. Like das Video. Ja, also Moneymaker. Gefällt mir sehr. Ich habe jetzt eine Stunde lang aufgenommen. Eine Stunde, ich weiß nicht, wie lange das Video gehen wird. Ich schätze jetzt mal 5, 6 Minuten um den Dreh. So, vielleicht so wie die anderen. Jedenfalls, Leute. Lasst mich mal eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal. Und tschüss.